So, das, das, äh, das, äh, hier das Fernglas raushören, ne? Das ist ja immer eine ganz nette Sache, ne? Zack, zack, winken, Funk, Funk, Funk. Ah, das kenn ich. Tourette-Syndrom, ja, ja, das hab ich schon mal gehört. Nimm ihm die Sachen mal bitte weg. Da gibt's ja auch richtig... Leid uns immer an, dass wir uns müden sollen und dann selber nicht. Halt die Schnauze, ich hab mich... Nein, hast du nicht. Nimm ihm bitte seine Sachen direkt ab. Ja, nimm seinen Funk weg. Oh, haben sie da irgendeinen Einwand. Azteca, ist Martin Faust, okay, ja, die joinen jetzt alle wieder von diesem. Ich guck mal, ne? Alter, der hat jetzt wahrscheinlich eh schon durchgecallt, dass wir den hochnehmen. Ja, sowieso. Sind eh wahrscheinlich am Weg. Ja. Ja, aber ab, wer sich davon lässt. Wo ist eigentlich unser Edel? Steht der da noch? Sollte stehen, ja. Dennis, bist du an? Nö, ich joinne noch, aber irgendwie, keine Ahnung, immer auf diesen Server kommen, ist so schwer, ne? Ja, der steht da noch. Hallo? Decks ich, warum wir immer so lange brauchen? David, hast du das Geld, ne? Warum haben sie jetzt die Position geändert? Kommen sie mal bitte wieder hoch. Was? Hochkommen, wieder hierher. Der nimmt seine Hände drunter. So, jetzt wieder die Hände hoch. So, ich möchte... Wenn er nochmal seine Hände drunter nimmt, dann... ...anspannen, das ist eine... Ich glaube, David hat ihm das gesagt. Achso. Da hinten steht der THW-Heli. Boah, der andere, der will einfach nicht joinen, Mann. Wenn der jetzt nicht joint, dann... Er bekommt dann eine Bahn. Server, das ist Serverflucht. Kannst du ihm noch durchsagen, dein... ...ein Teammate? Ja, mehr oder weniger. Sag's ihm, sag's ihm nicht. Du dürftest so tiltern und abhauen. Einmal die Hände nochmal hoch. Obwohl... Machen wir das einfach direkt so. Legen sie uns mal... Würden wir das Geld von Subrata aber wiederkriegen? Die hätten wir ganz gerne mal. Hoff mal schon. Ich danke Ihnen. Du händest bitte wieder hoch. Nehm die, ich nehm die. Damit du nicht so lange brauchst. Ja. Ja, ich kann sie eh dann gleich wiederhaben. Ich will sie nicht. So, der Herr. Wo ist denn Ihr Kollege? Ist der jetzt wie vom Rettungsverschluckt? Ich höre auch nix. Also... Heli, 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 Heli. Heli landet. Wo? Der Kollege. Ah, in den Hügel. Guck mich an, komm ich an. Ich guck in die Richtung. Siss. Ja, ich... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der nochmal kommt. Ne. Warte. Sagen Sie mal bitte, ich halte Ihnen jetzt Ihr Kommunikationsmittel wieder dran. Sagen Sie mal bitte, Ihr Kollege sollte mal lieber abziehen. Lieber abziehen. Der im Heli kommt. Der im Heli kommt. Einfach der Heli kommt. Der Kollege im Heli kommt. Einfach so rein funken bitte. Ich hab's markiert, Jungs. Wir wissen genau recht. Auf der Karte. Der Heli... Der... Ich weiß zwar nicht welcher Heli, aber... Dankeschön. Der Hubschraub schraubt da hin. Kann ich mal hin fliegen? Ich seh den nicht. Wieso, denn wissen Sie, dass er kommen? Erzählen Sie mal hin, ich schau mal. Wir haben ja keinen Schlusscall gemacht, ne? Boah, ich hab keine Schlüssel vom Heli, man. Achso, ja, hier, komm her. Sagst du nichts, Arschloch. Ich hab eh schon längst gesagt, beim Flughafen macht's ne Schlüssel. Hat jemand von euch Dietriche? Nee. Nein. Jungs, das bringt nichts. Seine ganzen Sachen sind bei dem ein Typen dead verkauft. Ja, der andere hatte das verkauft. Ja, der will jetzt nicht joinen. Was ist denn mit dem Inhalt Ihres Bootes? Haben Sie den schon verkauft? Äh, ja. Ich weiß nicht, ob nach dem Sonnenuntergang dann noch was drin ist. Wird ich aber sofort in Support, genau ich. Dann schauen Sie mal. Dann geben Sie mal bitte einen Schluss. Ich weiß gar nicht, wie lange er Zeit hat zum joinen. Ah, nee, ich guck mal. Kommt sie mit? Schlagt an. Ja, Jungs, einmal bitte den Ausweis von den fordern, damit wir den gleich, ne? Das wird gleich ein Report geben, Junge, dafür, dass der Kollege nicht kommt. Ja, doch, eigentlich ist das ne RP-Situation. Eigentlich muss er dann schon wieder kommen. Sicher. Das ist nicht nur RP-Situation, sondern es ist auch ein bisschen Flucht, ne? Und der Heli darf gar nicht kommen, weil der war nicht einmal da. Ja. Äh, aber wir wissen ja nicht, ob der auf dem Weg war oder nicht. Nimmst du bitte noch mal die Hände hoch. Hände so gut. Ah, danke schön. Ich sehe den Heli nicht. Ja, der ist auch gelandet. Und was ist mit dem ganzen Geld, was Sie da haben, mit der ganzen Ladung? Ja, da, wo ich jetzt circa bin. Ich muss dir so liegen da. Ich habe ihn an Hamid, ich glaube, Hamid abgedeckt, weil es gekauft. Ja, schau mich auf der Karte. Das ist der los, schau. Erzählen Sie mir keinen Schmarrn, holen Sie die Kollegen mit dem Geld sofort her, sonst gibt es Ärger. Ich sehe auch keinen. Ich sehe den bitte, ich den holen, wenn ich kein Funkgerät habe. Ich sehe nur den da hinten vom TRW. Ich habe ihn, dann holen Sie den her, sonst gibt es aber richtig Ärger. Ich halte ihn, ich halte ihn da dran, ich halte ihn da dran, ich halte ihn da so. Das war, glaube ich, ein weißer Heli, oder? Hallos? Hans, bist du da? Hallo? Hans? Hallo? Ja, keine Antwort. Man sieht mich hier, glaube ich, richtig eklig in diesem Gewösch, aber ich habe mich gerade rechnet. Kommen Sie her, nehmen Sie die Hände runter. Ah, SUV kommt. Hier liegt's, heben Sie es auf. Unsere Richtung. Nein. Sie können die Hände runternehmen und es rausnehmen. Äh, Jungs, habt ihr das gehört jetzt alle? Er schießt auf uns, er schießt auf uns! Wer denn? Irgendeiner schießt auf uns! Warum wird da geschossen? Es gibt doch keine Schlussanschuldigung. Ja, gute Frage. Gute Frage.